Danke für die ganzen Schreiben und Glückwünsche. Und dann habe ich das hier bekommen von Julia, 29, Jura-Studentin aus Bonn. Ein Feiertagshamster. Toll. Nun zu was Aktuellem. Ich habe das Footage durchgeschaut und konnte das hier vorausvergrößern. Kennt jemand diesen Herrn? Er hat ein Mettbrötchen in der Hand. Und ja, solltet ihr irgendwie dazu was wissen, sagt Bescheid. Ich glaube, wir sind nach einer heißen Spur.